Diese Situation kennt wohl jeder. Nach einem schönen Abend im Restaurant ist man müde und möchte einfach nur nach Hause. Also verlangt man die Rechnung. Doch die kommt und kommt einfach nicht. Darf man dann ohne zu bezahlen einfach gehen? Nein, das dürft ihr nicht. Macht stattdessen lieber folgendes. Sind seit der Bestellung der Rechnung 10 Minuten vergangen und ihr habt noch immer keine Rechnung erhalten, dann solltet ihr auf den Kellner zugehen und ihm mitteilen, dass ihr nach weiteren 5 Minuten das Restaurant verlassen werdet. Habt ihr dann immer noch keine Rechnung erhalten, könnt ihr gehen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht zahlen müsst. Ihr solltet deshalb eure Kontaktdaten hinterlassen, damit sich der Restaurantbesitzer mit euch in Verbindung setzen kann und ihr die Rechnung noch begleichen könnt. Habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es in die Kommentare.